Genau deswegen heißt es auch nicht mehr, wir haben Platz. Sondern, wie es gerade auch die CDU und CSU hier mit Blick auf alte Leute und sozial Schwächere ausgerufen hat, macht Platz. Die Einheimischen werden durch eine migrantensüchtige Politik rücksichtslos aussortiert. So wie in Lörrach, als Mieter aus ihren Häusern verdrängt wurden, um Migranten Platz zu machen. Oder in Berlin-Wedding, wo pflegebedürftige alte Menschen ihres würdigen Lebensabends beraubt wurden.